Hallo Internet und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Bowser's Fury! Bevor wir zum nächsten Leuchtturm gehen, will ich mal ganz kurz die Anwesenheit von Bowser ausnutzen und die Blöcke hier zerstören. Ja, da kriegen wir wahrscheinlich einfach wieder nen Schein und gut ist. Heißt, oh ne, doch nicht. Okay. Ah, aber da hinten. Alles gut! Da... Wird's nicht getroffen werden. Nice! Wasserfallpanorama Na, das hat sich doch gelohnt. Sehr schön. Boah, vor allen Dingen von hier oben hat man eine richtig gute Übersicht. Was fehlt uns denn? Also da vorne wollte ich als nächstes hingehen. Ich glaube, da waren wir auch noch nicht. Da waren wir definitiv noch nicht. Da bin ich mir sicher. Da habe ich ja schon das letzte Mal oder vorletzte Mal gesagt, dass mich das so ein bisschen an Mario Galaxy erinnert. Da vorne. Aber ansonsten, was ist da unten? Ah, Moment! Da ist eine Plessy Challenge noch. Hä? Habe ich die übersehen? Ah ne, wobei... Es kann natürlich sein... Dass ich die erst freigeschaltet habe, weil ich die Tinte entfernt habe, ne? Ist das möglich? Wahrscheinlich. Habe ich das Häschen denn hier? Auch noch nicht, ne? Ich weiß es nicht. Wir fangen jetzt einfach den Hasen... Keine Ahnung, ob ich den schon hatte oder nicht. Hey! Oh nein! Bleib stehen! Sehr schön! Oh, der ist so niedlich. Fang den Hasen am Strand. Ne, hatten wir tatsächlich noch nicht. Okay. Ja, gut zu wissen, dass sich die Spielwelt ein bisschen verändert. Wenn man die Tinte entfernt. Oder in schwarzem Schleim oder was auch immer. Okay, da vorne ist noch ein Schalter. Oh, ich liebe diese Plessy-Geschichten. Mann, das ist voll gut. Ja gut, getaucht haben wir ja schon oft genug, ne? Also... Ist ja jetzt nichts Neues. Ja, das sollte drin sein. Gegen die Zeit, flotte Tauchmanöver. Das heißt, wir schwimmen jetzt noch einmal zurück. Und dann schauen wir noch, was der Schalter macht. Und dann gehen wir aber wirklich zum nächsten Turm. Versprochen, versprochen, versprochen. Da oben waren wir ja glaube ich schon, ne? Ja, ansonsten... Wenn mir noch irgendwas fehlen sollte, müssen wir halt am Ende noch einmal über die ganze Map fahren. Beziehungsweise schwimmen. Oh! Sehr schön. Was haben wir denn hier? Ja, wahrscheinlich Gegner kloppen. Oh ne, doch nicht. Oh jo! Ohne Katzenanzug definitiv schwieriger. Mit Katzenanzug kann ich mir den ganzen Kladderadatsch hier klemmen. Gegen die Zeit, die Wasserfälle hoch. Sehr schön. Okay, wo wollten wir eigentlich hin? Da vorne ist unser Ziel. Ich denke mal, die schwarze Tinte hier kann man auch noch entfernen. Sieht jedenfalls so aus. Ach genau. Und wir brauchen noch ein Kätzchen. Also ich denke mal, das Kätzchen finden wir wahrscheinlich irgendwo da vorne in diesem Lava-Gebiet. Was übrigens ganz süß ist, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber bei dem Katzentor aus Stein da vorne, da sind die Wölkchen links und rechts die Schnurhaare. Das finde ich voll sweet. Ach, er ist schon wieder da. Alter Verwalter. Er will's aber auch wissen, ne? So, hinfort, Katzen, Bulli-Brims, Berg, Feuerfahrt. Ja, da machen wir direkt die Wutblöcke, ne? Ja, ich hoffe, er zerstört die jetzt auch wirklich. Ich nehme jetzt einfach mal in Kauf, dass ich getroffen werde. Warte. Ah, das ist okay. Dafür! Haben wir das schon erledigt? Zerstöre die Wutblöcke! Sehr cool! Das Problem ist, jetzt hänge ich hier fest. Ah, okay. Ich pfeife mir jetzt direkt den Katzenanzug nochmal rein, beziehungsweise so eine Katzenglocke. Ja, und dann suchen wir doch mal den Bullyprinz. Was für ein Name. Ah, schaut mal, da unten ist ein Fragment. Wie komme ich zu den Fragmenten? Irgendwo muss eine Plattform sein. Ey, oh nein. Ah, aber wo? Ah, da vorne. Oh, was ist los? Hauptsache, ich springe überall rein. So, Tanooki ist gut. Das war's. Ja, ich denke mal, mehr gibt es hier unten auch nicht, aber wir schauen uns trotzdem nochmal um. Nee, okay. Hey, Moment. Bowser Junior will ja zwischendurch auch nochmal was machen, ne? Ach, der Boomerang. Vollkommen useless, meiner Meinung nach. Ah, davon ist das nächste Fragment. Ah, vielleicht doch gar nicht so useless. Ich bin mehr Wütsin. Auf jeden Fall interessanter Level, beziehungsweise interessanter Abschnitt hier. diese Plattformen, die kenne ich auch noch von 3D World. Da gab's die ein oder andere recht fiese Welt mit den Dingern. Ah, da unten ist noch ein Fragment. Ah, da unten ist noch ein Fragment. Hier muss ich mich sogar ein bisschen konzentrieren, tatsächlich. Hey, Moment, da unten war eine Glaskanone. So eine Glasröhrenkanone. Wie kommt man denn da dran? Also ich mein, in die Lava kann ich natürlich nicht. Leider, wir sind ja nicht bei Mario Odyssey, ne? Mit Käppi könnten wir uns hier so ein Hothead holen und dann da reintauchen, aber... Ja, lassen wir die Röhre erst mal Röhre sein. Wo ist denn der Bully-Prinz? Hm. Das hier vorne sieht schon wieder nach Secret aus. Ich wette, da kann man drunter herfahren, ne? Kann das sein? Ja, natürlich. Sehr, sehr offensichtliche Stelle. Zumindest für Mario Veteranen. So, warte mal hier. Oh, oh, oh! Bowser Jr. hätte mich fast umgebracht. Ey, das war's schon. Fünf Katzen-Insignien-Stücke. Die waren aber nicht so gut versteckt, ehrlicherweise. Recht leicht. Oh, schau mal, da oben ist noch ein Fragezeichen. Also man muss hier definitiv auch irgendwie noch höher kommen können. Auch wenn ich gerade nicht weiß, wo... Mousi Mousi ist auch gleich wieder da. Ja, wobei, das könnte passen. Ich hab da vorne, genau, schon so eine Arena gesehen. Das heißt, da unten ist wahrscheinlich der Katzen-Bulli-Prinz. Und da sind wir ja auch wieder safe vor Bowsers Angriff, ne? Er sieht ja süß aus. Jo, lass mich raten. Ich muss dich in die Röhre reinschieben. Natürlich. Was auch sonst? Oh, nein! Ne Dose. Das ist ja süß. Äh, wo ist er rausgekommen? Ach, da vorne. Oh, nein! Sieht das niedlich aus! So ein bisschen am Leggen, das Spiel auch. Und das war's! Noch ein Scheinen. Hinfort, Katzen-Bulli-Prinz! Genau, hinfort mit dir. Ja, die Schildkröte hat wieder schlechte Laune und verzieht sich. Ich frag mich die ganze Zeit schon so ein bisschen, wie sie das am Ende auflösen wollen. Also, ob man erfährt, woher die Tinte kommt und so. Ich hoffe, sie erzählen so ein bisschen was dazu. Oh, ich hab das Kätzchen gesehen. Ich hab das Kätzchen gesehen! Und ein neuer Hase ist gespawnt. Oh, Hallöchen! Na, willst du zu Mami? Ja, komm her. Oh, Bowser Jr., hör auf, die Katzen zu schlagen! Und zwar prügel ich dich! Nein, mach ich natürlich nicht. Höchstwahrscheinlich! Also. Versuch lieber nicht, es herauszufinden. Hm, Bowser Jr. Wo ist denn deine Mami? Da vorne. Oh, das hat aber ganz schön lange gedauert auch, ne? Die ganzen Katzen hier zu sammeln. Verlorene Kätzchen im Ödland! Und dann gehen wir mal direkt zurück. Zwei Challenges haben wir hier ja noch. Und die nächste lautet... Auf Bergfeuerfach. Oh, hier hat sich einiges verändert. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier Röhren. Die waren vorher nicht da. Vielleicht kommt man jetzt auch an diese Glas... Röhrenkanone ran. Ah, was ist das denn hier? Achso, ah! Damit kann man die... die Schiene ändern. Deswegen, beziehungsweise die Richtung der Schienen. Deswegen haben sie wahrscheinlich auch so einen Block da vorne hin platziert, damit man das einmal ausprobieren kann. Kann man noch reinkrabbeln? Nein, ne? Bowser Jr., wenn du noch einmal eine Katze schlägst, dann stecke ich deinen Kopf in so einen Lock rein. Okay, Mario! Flächer, Bursche. Oh! Ich spiele wie so einen Frosch. Das hätte ich auch durchgehen können einfach, ne? Ja, ich denke mal, wir müssen jetzt einfach noch nach oben kroxeln und dann kriegen wir wahrscheinlich ne Belohnung. Die sind so niedlich, die Dinger! Was ist das eigentlich? Rollfussis oder so? Siehen so sweet aus. Oder sie haben starke Schmerzen. Wer weiß. Oder beides. Und hier war doch so ein Gedöns. Ah, da komme ich aber nicht hoch, ne? Ne. Okay, hier kommt man jetzt so nicht dran. Achso, 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 ach! Ich muss die Strecke bis zum Ende fahren und dann... ... kann ich das Ding in Berühren und dann kann ich wahrscheinlich irgendwie weiterfahren. ... kann das sein? Ja, ja. Sehr schön. Vielleicht sogar die coolste Mini-Welt bis jetzt. Würde ich einfach mal so behaupten. Hat sich hier denn noch was verändert? Ne, ne? Ne, okay. Jetzt immer noch dasselbe Fragment, was wir ja schon hatten. Ja, was jetzt natürlich ein bisschen blöd ist, ist, dass Bowser schon wieder auftaucht. Ich denke, wir sind gerade erstmal so bei der Hälfte der Strecke. Ach, schaut mal! Okay. Das Rätsel haben wir gelöst. Da oben ist der Schein. Oh, wie cool. Oh, ein bisschen Beeilung. Oh, knappe Nummer. Auf Bergfeuerfach. Leute, 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 Leute. Sehr, sehr close alles. Und weg ist er. Gut, wir hatten mehrere Sachen, die wir noch mit Bowser Jr. antippen können. Unter anderem hier. Ah, sehr schön. Und da hinten war auch noch was. Das will ich mir auch noch eben anschauen. Ah, lande ich im Wasser? Ja, sehr schön. Da, da wollte ich mal kurz hin. Es sieht schon... Ja, wobei wichtig... Wichtig vielleicht nicht, aber... Es sieht schon besonders aus hier unten, finde ich. Vielleicht ist da so eine goldene Röhre drin. Wir haben ja einmal so eine goldene Röhre auch gefunden. Nö! Okay. Das ist so cool. Dieser Berg. Dieses Tor. Ich sag halt die ganze Zeit Tor dazu, weil in der Mitte halt so eine Öffnung ist, ne? Aber... Steintor. Steinberg. Whatever. Achso. Ah, Moment, Moment, Moment. Die neue Quest ist noch gar nicht da. Ich fände schön, wenn es einen Reset-Button geben würde. Womit man das direkt auslösen kann. Bei Speichern und Laden funktioniert es wahrscheinlich auch direkt. Gegen die Zeit. Tölkuhn, ne. Tölkuhn in die Lava. Tölkuhn ist auch gut. Fast dasselbe alles. Ich denke mir wieder einfach Begriffe aus. Jo. Hallöchen, Rollfussi. Ich hab euch Rollfussis getauft. Ich muss mal nachschauen, wie die wirklich heißen. Wobei ich finde, dass meine Theorie jetzt gar nicht so abwegig ist. Locker weg. Gegen die Zeit. Tölkuhn. Ah, richtig ausgesprochen. In die Lava. Und weg ist der Schmutz. 72, nein, 73 Scheins haben wir schon. Heißt, wir nähern uns auch langsam aber sicher dem Ende wahrscheinlich. Und ich bin traurig, muss ich sagen. Also. Da hätten sie ruhig 1000 Scheins reinpacken können. Vielleicht mit ein paar verschiedenen Welten natürlich. Ah, hier kann man auch noch hinterhören. Bleibst du wohl stehen, du frecher Hase. Geht doch. Fang den Hasen im Ödland. Okay, dann haben wir hier, glaube ich zumindest, erst einmal alles erledigt. Ja, alles voll mit blauen Häkchen. Und das heißt, jetzt schwimmen wir mal weiter in diese Richtung da. Wie kommt man denn da hinten hin? Ah. Also da rechts, ich meine hier vorne links, ist klar, da kommen wir hin, aber da vorne. Soll ich hier über die Suppe, soll ich über die Suppe drüber springen? Wobei, wir warten mal. Kann natürlich sein, dass wenn wir den Leuchtturm hier erhellt haben, dass dann wieder ein bisschen Suppe verschwindet. Naja. Sehen wir dann ja. Wir landen auf jeden Fall. Auf der glutgetriebenen Insel. Lasst den Leuchtturm strahlen, aber jetzt, wo Bowser spawnt, werden wir natürlich direkt wieder diese Wut-Bowser-Blöcke hier vorne machen. Ich bin stolz, wie organisiert sich das hier alles angehe? Mensch, Mensch, Mensch. Also dafür, dass es blind ist, ist es... ganz schlupfig, würde ich sagen, ne? Du, ich mach mal Feuer, bitte. Mach mal hier den Zündi. Zerstöre die Wutblöcke. Erledigt. Und schon hat er wieder kassiert. Der Gute. Nice. 75 Stück haben wir schon. Das sieht ja schon mächtig interessant aus hier, ne? Also wenn ich mir... Wenn ich mir dieses drehende Ding da oben anschaue, könnte auch relativ schwer werden. Tja, liebe Leute, aber wie es hier weitergeht, auf der glutgetriebenen Insel, das erfahren wir im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Herr Huxel, ciao. Ich freu mich.